Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der freiwilligen Feuerwehr in Uchteritz. Das ist eine so ganz grobe Nähe von Halle, sage ich jetzt mal, Sachsen-Anhalt und ich habe hier ein wunderschönes TSFW, was ich unbedingt zahlen möchte. Ich mache das natürlich nicht ganz alleine. Ich hole mir den Till dazu. Der hat mich nämlich kontaktiert, dass ich vorbeikomme und er ist jetzt gerade da. Till. Hallo. Schöne Feuerwehr habt ihr. Also ich habe das schon ganz überrascht. Großen Besprechungsraum, Umkleide für Jugendfeuerwehr getrennt. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja. Genau, wieder alles schön. Und was ist das für ein Auto? Das ist ein TSFW, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Wassertank. Natürlich. 1000 Liter. 1000 Liter sogar. Schön. Ja, mit einer TS-Ziegler natürlich und ja, vorgestellt MAN, Automatikschaltung, Staffelkabine und ja. Also ich bin ganz baff. Das habe ich aber selten erlebt, dass jemand, einer aus der Jugendfeuerwehr so fit ist, dass er jetzt echt nicht vorbereitet ist. Ich bin gerade echt so, okay, ich brauche gar nichts mehr sagen. Ich würde sagen, er macht den Rest auch. Also Daumen hoch schon mal für Till. Ich bin schon mega begeistert, nicht nur vom Auto, auch von ihm. Alles klar, schauen wir uns mal das Auto an. Ja. Alles klar, los geht's. Deine S Fin. Das war's. Bis zum Rat. Bis zum Chat. Bis zum Chat. Bis zum Chat. Das ist hier unsere Staffelkabine. Hier ist sozusagen der Platz des Angriffs-Truppsmann, hier ist der Angriffs-Truppführer, Wassertruppführer und Wassertruppmann, also man kann das hier ausklappen, sonst wird man für den Angriffs-Truppschwierig hier reinkommen. Einbeutel, Handlampen, Rundgeräte, Rotlicht und Weißlicht. Jetzt kommen wir mal vorne rein bei dem Schätzchen. Der komplette Aufbau des Fahrzeuges ist von Schmitz. Das ist sozusagen eine Rückfahrkamera und Navi. Das ist die Steuerung für Blaulicht, Martinshorn. Und das hier sind Hydrantenpläne für das Dorf und Fahrtenschreiber für Einsätze. An sich wirklich ein schönes Fahrzeug. Das ist unser Gerätefach 1. Hier sind unsere Pressluftatmer drin für den Wassertrupp. Zwei Stück. Dahinter noch ein Pulverlöscher. Hier zwei Leinbeutel. Arbeitslein. Und hier ein Tragetuch. Sieben Saugschläuche. Natürlich auch. Hier ist unser Helikentool. Auch ganz neu. Schlauchbrücken. Benzin für Aggregate, sprich für Stromerzeuger und TS. Das ist natürlich auch wieder super geplant, weil auch Schlauchbrücken sind auch nicht gerade leicht. Das heißt, man kann die aufmachen, eben mal packen. Raus damit. Ergonomie ist mal wichtig. Super. Aber du bist echt fit. Du kennst dein Auto, ne? Schauen wir mal weiter. Hier sind noch Feuerwehrexte und Spalthimer. Beutzenschneider natürlich noch und Auffangwolden. Das Geräteraum 3. Wir haben hier drei Schlauchkörper mit zwei C-Schläuchen drin. Also 40 Meter Schlauch. Sind die 20er Schlauche bei euch? Nee, 15er. 20 Meter. 20 Meter. Eine auch für einen Schnellangriff mit geeignet. Mit Hohlstrahlrohr. Das ist unser Notfall-Dekon. Desinfektionsmittel, Handschuhe und ein kleiner Wasserschlauch zum Händewaschen. Das finde ich aber schon mal eine gute Lösung. Also man muss nie mal ein übertriebenes Konzept haben. Einfach zweckmäßig. Finde ich gut. Hier sind unsere Verkehrsleitkegel drin und noch eine kleine Axt und die Blinker. LED-Flares. Ja, die bauen wir auch immer auf die. Also im Dunkeln vor allen Dingen. Wenn du gedrückt hältst, geht der auch aus, ne? Ja. Und hält das letzte Programm. Das hat sich auch bewährt bei der Rettungshubschrauber-Ausleuchtung. Das konnten die auch gut sehen. Da oben sind unsere, sozusagen unsere erste Hilfe. Krankendecke, Verbandskasten. Ja. Witzig. Es gibt verschiedene. Ich habe schon Verbandskasten gesehen. Es gibt auch Verbandskasten. Die Diskussion hatte ich schon mal. Also es gibt beides. Systemkammer. Also, ja, das ist jetzt eigentlich wie so ein Maleranzug. Mehrzwecklein. Brauchst du nicht rausnehmen. Ja. Hat das mit diesen Gummibingern, das ist ein bisschen nervig. Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Das sind die hier drin. Also, darf ich mal ganz was gucken? Hier habt ihr das so... Das ist ein gutes, interessantes Patent. Ja, ist schlecht. Ja, auch C-Rohr. Hohlstrahlrohr und Mehrzweckstrahlrohr. Hier ist der Saukorb und das Sammelstück. Hier ist noch ein normaler Feuerlöscher und eine Kübelspritze. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich warte hier schon die ganze Zeit. Ja, das ist eine Ziehklauhr. Pass auf, die hat noch ein bisschen Power. Die hat Ultra-Power. Das ist unsere Fahrbleckpumpe. Die hat ordentlich Dampf. Die haben wir aber leider schon länger als das Fahrzeug. Die war auf unseren alten TSF-W schon drauf. Hier oben haben wir unsere Leitern. Für Steckleiterteile. Muss man richten. Das ist natürlich ein Innenraum. Liegen finde ich das auch eine super Variante. Das habe ich schon in einer anderen Phase auch schon mal gesehen. Das finde ich wirklich toll. Zum Entnehmen. Immer dieses nicht rumgekrechtzelt da oben auf dem Dach. Hier haben wir noch ein V-Schild zum Abtrennen. Zum Beispiel von Bach oder in kleinen fließenden Gewässern. Halt besser für die Wasserversorgung. Jetzt halt noch für die technische Lippeleistung. Hier haben wir halt noch Schaufel, Besen, Einreißhaken und Mistgabel. Dunghake. Das ist natürlich schön, das Innenliegende, dass man irgendwie alles beisammen hat. Gerade so Sachen, wo man sich früher einen abgequält hat, ist hier schon im Geräteraum hinten sozusagen mitverlastet. Das finde ich eigentlich total super. Schwimmblase quasi. Wir machen das im Saugkorb im Gewässer sozusagen mit der Schwimmblase mit fest, dass die Saugleitung nicht so tief ins Wasser absackt. Ach, das sehe ich dahinter, versteckt. Datenschutzüberwachung, klasse. Das ist unser Schwimmsauger. Das ist sozusagen auch eine Variante vom Saugkorb. Den kann man halt in Gewässern verwenden, die halt nicht so tief sind. Ja, okay. Also Vorteil ist bei der Pumpe, dass sie automatisch auch die ganzen Saug-Einkuppeln mit übernimmt und so weiter. Also macht sozusagen alles quasi automatisch. Aber man kann hier ganz interessant sehen, die Umschaltung zwischen Wassertankbetrieb. Also man sieht ja mal, Querzuleitung ist immer zu. Das heißt, jetzt ist gerade beides zu. Wenn man hier aufmacht, kann man sozusagen aus dem Tank fahren, die 1000 Liter. Wenn man hier mit dem A-Eingang sozusagen nutzen möchte, muss man hier dementsprechend aufmachen. Man kann sozusagen diesen Weg nutzen ganz normal. Stellt euch vor, das ist ein ganz normal TS hier und ihr macht den Sammelstück ran und so weiter. Habt ihr ja alles hier super griffbereit. Das finde ich total klasse. Also, mega Fahrzeug. Ja, das ist noch Befüllschlauch und Kupplungsschlüsse. Das ist Geräteraum 4, Gerätefach 4. Dann fangen wir hier an. Das sind sozusagen unsere Mahlzeiten. Wenn es mal länger dauert, mit Kräutertee oder 5 Minuten Tarien oder Kaffee. Zitronentee? Ja. Ich wollte sagen Kräutertee. Das meine ich ja Krümeltee. Ja. Das ist hier unser Schnellangriff. Das ist unser Schnellangriff Verteiler. Zeig mal her bitte. Klopper. Boah. Hasta la vista, Baby. Alter. Das sind echt immer Klopper. Wie gesagt, aber auch die, wenn ihr die festhalten wollt, ohne Stützkümmer drei Mann. Wie beim Mehrzweckstarrohr auch. Mit Stützkümmer könnt ihr zu zweit sein. Viele denken immer das Hohlstrahrohr. Ja, das kann ich dann alleine nehmen. Nein. Also was ich ganz spannend finde, was ich hier sehe und das ist wieder, ich liebe Leute, die aus der Praxis kommen und einfach, also das ist ja ganz großes Lob. Also vorgefüllte 2 Liter Kanister für die Schaumpistole. Quasi während man die eine leernuckelt, kann die nächste Leere schon wieder aufgefüllt werden. Man hat sozusagen so eine Art Pendelbetrieb mit den kleinen Schaummittelkanistern. Und wie gesagt, die kosten wirklich nicht viel. Und viele haben wirklich nur die Schaummittelpistole und nur die eine dran. Und wenn die dann leer gelutscht ist, müssen sie erstmal Pausen machen, auffüllen. Deshalb mit so zusätzlichen, also mindestens einen zusätzlichen. Hier sind sogar zwei. Warum auch nicht. Aber man hat ja den Platz perfekt ausgenutzt. Super. Also auch ein Tipp an euch. Diese Kanister kosten überhaupt nicht viel und bringen einen riesen Mehrwert. Ja, das hier sind unsere B-Schläuche. Und hier unsere elektrische Pumpe für Rosenpower. Also wirklich für den Keller. Die kann man auch gut nehmen hier auf dem Bach. Als Kellersaugpumpe, wenn ich hier diese Höhe sehe und wenn man eigentlich noch ein bisschen Wassertiefe braucht, die fängt schnell an Luft zu ziehen. Das heißt für den Keller hat man, glaube ich, danach noch ein bisschen so viel Wasser stehen. Also für den Kellerbetrieb ist die so wahrscheinlich, das ist kein Kellersaugkorb. Also die Kellersaugkorb sind immer flacher, dass man wirklich nur noch so viel im Keller hat. Ja, so ein Flachsauger. Genau, aber wie gesagt, die kann ordentlich fördern, ordentlich schöne Lenzpumpe, aber für den Keller so bedingt. Also was haben wir jetzt hier? Hier sehe ich jetzt Abstandmaträia für Stativ. Das heißt, ach so, Stative und Abstandmaträia dazu passend. Okay, schön. Natürlich hier Motorsäge und Zubehör, also Schnittschutzhosen, Forsthelm und Motorsäge. Klasse. Hier haben wir unsere Kabeltrommel, 50 Meter Kabel. Hier sind sozusagen die Scheinwerfer, noch mit einer Halterung, dass man die jetzt auch zu zweit nehmen kann. Vor allem für die Jugend- und Kinderfeuerwehr ist das gut, weil die relativ schwer sind. Hier ist natürlich unser Stromerzeuger. Ja, Stromerzeuger habt ihr dabei. Also eigentlich, wenn ich es überlege, klar, ihr könnt jetzt mit dem Stromerzeuger hier wahrscheinlich einen Lichtmast direkt. Das ist extra. Das ist extra? Oh, okay. Machen wir gleich, okay. Also mit dem Stromerzeuger hat man eigentlich auch schon viel Sorgen weniger. Dass man durch Licht betreiben kann, aber man kann nur noch mal irgendwie ein elektrisches Gerät, irgendein Trennwerkzeug im elektrisch betriebenes oder so mal nutzen oder so. Also ich finde, dass eigentlich so ein TSF-W, da bin ich jedes Mal überrascht, was man damit eigentlich alles machen kann. Das wird so komplett unterschätzt. Ach, ihr habt noch ein TSF-W. Wie heißt das W? Aha. Aber es ist ja eigentlich... Gut, einen Rettungssatz hat man jetzt nicht, aber sonst wüsste ich nicht, was in dem Auto fehlt. Also ich weiß es nicht. Also es hat ein total tolles Fahrzeug. Alles da, was man braucht. Alles da, ja. Hier haben wir unser Werkzeug, unser Ölbindemittel. Und ja, das war es auch schon. Hier ist unser Lichtmast. Den muss man sozusagen hier hochpumpen, damit er ausfährt. Also auch das, ne, ist da jetzt simplere Technik, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen belächeln. Aber finde ich, schneller hochgebracht in Stellung. Ich habe oft schon auch so etwas erlebt, was ich so Hubschrauberlandungen immer schnell Licht machen. Ich glaube, das ist ganz schön schnell. Ne? Das ist zwar simple Technik, aber das ist ja, was ich immer sagen, manchmal ist das weniger, manchmal mehr. Und ich finde das absolut klasse. Und ablassen, tun wir jetzt hier rüber, oder? Ne, da hinten, die Schraube drauf drehen, ne? Achso, einfach aufdrehen. Ja. Aufpassen, dass es gerade bleibt, ne? Weil da passt das nicht ein. Ja. Da hinten haben wir die Schraube. Wenn du es locker machen kannst, dann kannst du die Handbäne befestigen. Das passt ja, ne? So, Till. Also, ich finde, Till hat das super gemacht. Also erstmal, was du alle schon weißt. Ich hoffe, von meinem Video. Ja. Ja, genau. Ihr könnt ja mal den Kameraden und Kameraden aus der FF Uchteritz meinen Daumen da lassen. Also, ich mache das auf alle Fälle. Ich fand das super, was du gemacht hast. Und meine Tradition ist ja, dass ich mal die Fahrzeuge, die ich vorgestellt habe, mit meinem Feuerwilli mal kennzeichne. Darf ich das mal machen? Ja, klar. Okay. Dann würde ich das einfach hier drunter setzen. Also, ich muss sagen, ein ganz tolles Fahrzeug. Auch die Kabine, alles schon mal echt super. Also, finde ich wirklich toll. Ein ganz wertvolles Fahrzeug. Da war ich ganz stolz, das mal gesehen zu haben. Ganz toll. So chill. Feuerwilli. Findet das gut. Träumchen. stillyba kaohl. So frick ich bin. Super Antwort 잊. Alles besser ist mir. Ich bin unbedingt raus! Ich bin mehr schmerz. Jeige. Zum democrats! Auтора! Wir дальше machen! Wir gehen jetzt! Bis zum nächsten Mal vor! Untertitelung. BR 2018